Lass uns mal ein kleines Gedankenexperiment wagen. Mal angenommen, du wärst dazu in der Lage, den Mann, den du gerade datest oder den du vielleicht gerade erst kennengelernt hast, den du gerne daten würdest, in sein Gehirn reinzugucken und dir alle Informationen rauszuholen aus seinem Gehirn, die du gerne hättest. Welche Informationen würdest du gerne haben? Schreib mir das bitte in die Kommentare rein, das würde mich mal interessieren. Während du das gleich in die Kommentare reinschreibst, habe ich eine Vermutung, und zwar, dass viele von euch, hoffe ich, weiß ich nicht, gerne wissen würden, was finden Männer denn wirklich anziehend im Sinne von sexuell anziehend, aber eben nicht nur sexuell anziehend, sondern auch persönlich anziehend, spirituell anziehend, so etwas holistischer anziehend. Denn natürlich willst du nicht nur, dass der Mann rein sexuell von dir hingezogen ist, du willst ja auch, dass er dich eine bezaubernde Persönlichkeit findet, dass er mit deinen Werten korreliert, also mit deinen Werten zusammenpasst, dass ihr eine ähnliche Lebensvision habt vielleicht, also dass ihr euch auf mehreren Ebenen antörnend, motivierend, inspirierend findet. Und deswegen möchte ich in diesem Video acht verschiedene Wege oder acht verschiedene Denkanstöße dir mitgeben, wie du Männer antörnen kannst. Und der erste, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, mit an die Hand geben möchte, ist es, Männer etwas zappeln zu lassen und sie wirklich den Erfolg der Eroberung genießen zu lassen. Also wir Männer, und das hat jetzt viele verschiedene Gründe, da möchte ich gar nicht so tief drauf einsteigen, mögen es Frauen zu erobern, sie kennenzulernen, sie von uns zu begeistern und sie dann quasi aufgrund unserer Eroberung dahinschmelzen zu lassen. Und wenn diese Eroberung zu einfach ist, dann ist es für viele Männer sehr schwierig, davon angezogen zu sein, weil die meisten Männer nicht so ein hohes, oder viele Männer haben nicht so ein hohes Selbstwertgefühl und gehen nicht davon aus, dass sie selbst etwas wirklich Besonderes in dieser Welt sind. Sie halten sich für mehr oder weniger durchschnittlich, auch wenn sie das nicht immer so nach außen hin sagen. Und deswegen gehen sie dann automatisch davon aus, dass wenn du dich ihnen sehr leicht hingegeben hast, dass es andere Männer auch sehr leicht haben könnten, schrägstrich sehr leicht haben werden. Das macht ihnen Angst und das ist auch der Grund, weswegen viele Männer, wenn du dich ihnen zu leicht hingibst, zu früh mit ihnen Sex hast zum Beispiel, warum sie sich dann eher ein bisschen distanzieren und dann nicht mehr so eine starke Beziehung mit dir aufbauen wollen. Das ist so ein bisschen das Motto, naja, ich würde niemals Teil, Mitglied eines Clubs werden, der jemanden wie mich als Mitglied aufnehmen würde. Und das ist so ein bisschen die Dynamik dahinter. Das heißt, wenn du ihn ein bisschen zappeln lässt, das kann vielleicht beim ersten Kuss sein, bis ihr das erste Date habt, bis ihr das erste Mal Sex habt, dann kann das sehr positiv sein. Das solltest du aber jetzt nicht machen, bewusst nicht einfach an sein Telefon gehen, sondern betrachte das Flirten mehr als ein Tanz, als ein Spiel. Wenn du mit jemandem tanzt oder dir lateinamerikanische Tänze anschaust, dann ist es auch nicht sofort superintensiv. Man kommt sich ein bisschen näher, dann distanziert man sich wieder ein bisschen, man kommt sich näher. Es ist so dieses Tanzen, diese Energie, dieses Vor-Zurück, dieses Spielerische. Versuch deinen Flirts ein bisschen diese spielerische Note beizugeben und du wirst merken, dass es einen riesengroßen Unterschied hat. Punkt 2. Nimm seine Bedürfnisse so ernst, als wären es deine Bedürfnisse. Ganz oft in Beziehungen haben wir das Gefühl, dass der andere ein Problem hat, wenn wir uns kennenlernen. Der andere ist zum Beispiel etwas eifersüchtig und wir sind nicht so eifersüchtig, deswegen sagen wir, ja, du hast das Problem, du musst dich verändern. Und ja, das mag vielleicht so sein, gleichzeitig ist es aber so, dass du dadurch aus einer inneren Haltung heraus agierst, die sagt, ich bin okay, du bist nicht okay. Und das ist keine Basis für eine Partnerschaft. In der Partnerschaft sollte man immer die Basis haben, du bist okay und ich bin okay und wir sind vielleicht gemeinsam noch nicht da, wo wir hinwollen, aber lass uns darauf hinarbeiten, dorthin zu kommen. Lass uns etwas dafür tun und dann schaffen wir das auch gemeinsam, als Team das in dieselbe Richtung läuft. Punkt 3. Eine Sache, die viele Männer mir immer wieder bestätigt haben, finde ich persönlich auch großartig und jetzt weiß ich, kommen jetzt bestimmt wieder viele mit Sexismuskeule und so weiter. Ja, nehme ich in diesem Fall in Kauf, farblich abgestimmte Unterwäsche. Es sieht einfach schön aus, wenn eine Frau gut passende farblich abgestimmte Unterwäsche anhat. Warum sieht das so aus? Naja, weil ich dann als Mann, das kann ich nur von mir sprechen, aber ich mutmaße, dass es vielen Männern ähnlich geht, denke mir, ah, die Frau legt so viel Wert auf ihr eigenes Wohlbefinden, dass sie sich einfach auch sexy fühlt, dass ihr das wichtig ist. Finde ich gut, weil das ein großes Zeichen von Selbstwertschätzung ist. Oder sie hat einfach in Erwartung auf unser Treffen sich noch ein bisschen mehr rausgeputzt, so wie ich mich vielleicht auch extra vorher noch schön rasiert habe, mir eine schöne Unterwäsche angezogen habe und so weiter. Und dann finde ich es einfach, es ist ein Kompliment, was sie mir gemacht hat. Und das ist etwas, darüber freue ich mich natürlich. Der vierte Punkt, was du machen könntest, ist, du kannst ihn dir mal fragen, ob er Lust auf ein vielleicht erotisches Dinner im Freien hat. Ich meine, jetzt ist gerade Sommer draußen, du siehst es, ich habe hier auch ein T-Shirt an. Und vielleicht schnappt ihr euch einfach mal eine Decke, fahrt irgendwo ins Fels, schnappt euch vielleicht noch ein paar Erdbeeren, eine Flasche Sekt oder keine Ahnung, ein bisschen Musik und habt dort ein erotisches Dinner oder ein erotisches Picknick. Irgendwo im Freien bietet sich an und ist, glaube ich, eine Sache, die kann man durchaus mal machen. Punkt 5, die Männer unglaublich antörnen, ist es, wenn du ihm von deinen erotischen Fantasien erzählst, die ihn beinhalten als deinen Helden. Also, wenn er in deinen erotischen Fantasien dein Held ist und du erzählst ihm von diesen erotischen Fantasien, wird er lieben. Punkt 6, 6 ist so rum, schau ihm einfach bei einem Blowjob tief in die Augen. Wenn du, es ist, weiß ich nicht, ob es für dich nachvollziehbar ist, aber aus der Sicht eines Mannes, wenn du jetzt so nach unten guckst oder nach vorne oder je nachdem, wie er halt gerade liegt, steht, sitzt oder wie auch immer und du schaust halt in diesen Bereich und dann siehst du von unten, wie deine Partnerin oder wer auch immer, also in dem Fall du eben, dort wollüstig, genüsslich dort einen Blowjob gibt. Das wird ihm sicherlich sehr, sehr gefallen, vorausgesetzt, du hast selbst auch Freude daran und du merkst auch diese Freude, dann zeig ihm diese Freude und er wird allein schon aufgrund deiner Freude und Erregung, ich darf nicht so schlimme Wörter nehmen, wegen dem Jugendschutz, aber er würde dann in diesem Fall, ja, sicherlich freuen. Punkt 7, den man beachten sollte oder den du beachten kannst, ist es, du darfst hin und wieder mal zwischen aktiv und passiv beim Sex tauschen. Das heißt, mal bist du vielleicht, weiß ich nicht, in der Missionarstellung, liegst du vielleicht auf dem Rücken und er ist über dir, dann ist es für dich ein kleines bisschen schwieriger, den Rhythmus anzugeben, sage ich mal, aber es gibt durchaus andere Positionen, wo du vielleicht auf ihm drauf bist oder wie auch immer, wo es leichter für dich ist, den Rhythmus anzugeben und es ist super schön für die meisten Männer, wenn dort auch eine gewisse Dynamik passiert, wenn du mal aktiver bist, mal etwas passiver bist, wenn du mal etwas vielleicht dominanter bist, mal etwas weniger dominant, wenn du mal etwas mit den Tonern gibst, mal etwas weniger den Tonern gibst, so hat man ein bisschen Variabilität oder ein bisschen Abwechslung in der ganzen Erfahrung und kann einfach eine schönere, umfangreichere Sexualität leben, eine schönere, umfangreichere sexuelle Erfahrung auch machen und ihr könnt euch nochmal auf eine andere Art und Weise kennenlernen, vorausgesetzt ihr nehmt euch auch die Zeit dafür. Und der achte Punkt, der Männer unglaublich stark antönt, ist es, wenn du ihm zeigst, dass eure Beziehung dir wichtiger ist als kurzfristige Launen oder Bedürfnisse. Manchmal kennt man das ja, wenn man so frisch zusammenkommt, dann prallen da zwei Welten aufeinander und diese zwei Welten haben unterschiedliche Überzeugungen, wie Freundschaft aussieht, wie eine Partnerschaft aussieht, wie ein Leben aussieht, was eine Karriere bedeutet und so weiter und so weiter. Und manchmal passen diese Überzeugungen nicht so stark aufeinander, noch nicht vielleicht. Und wenn wir dann aber dem anderen zeigen, hey, schau mal, du bist mir so wichtig, dass ich gerne mit dir gemeinsam über diesen Punkt hinaus wachsen möchte, dann ist es ein sehr, sehr starkes Zeichen von Wertschätzung, ein starkes Zeichen von Respekt und ein starkes Zeichen von gegenseitigem Vertrauen, was ihr euch da entgegenbringt. Und das ist die Basis, die ihr nutzen könnt als Fundament, um daraufhin oder von dort aus das Problem anzugehen, nach Lösungen zu suchen, weil ihr erstmal eine gute Beziehungsebene habt. Das ist wie ein Team in einer Firma, wenn die sich untereinander nicht verstehen, ist egal, welches Projekt die abschließen wollen, die werden es nicht so gut hinkriegen. Wenn sie es aber erstmal hinkriegen, als Team gut zu funktionieren, werden sie für die komplizierten Lösungen, für die komplizierten Herausforderungen viel schneller, viel einfacher Lösungen finden können. Bam! Das waren acht Tipps und ich glaube, ich habe gar nicht so lange gebraucht. Ich habe nämlich mir Mühe gegeben, sie etwas komprimierter zusammenzufassen, weil manchmal mir gesagt wurde, dass ich dazu neige, etwas weit auszuholen. Das kann ich nicht nachvollziehen, aber ich kann es trotzdem berücksichtigen. Aber damit ich trotzdem weiterhin ein bisschen weiter ausholen kann, habe ich etwas Geiles für dich vorbereitet übrigens. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt, hätte ich dir eigentlich schon längst erzählen können und sollen. Ich habe ein geiles, geiles, geiles Online-Coaching für dich vorbereitet, ein kostenloses Online-Coaching, in dem ich der Frage auf den Grund gehe, warum manche Menschen die Liebe ihres Lebens finden, während andere Menschen einsam sterben müssen. Und auf diese Frage gibt es viele spannende Antworten, die ich gefunden habe. Auf diese Frage gibt es viele spannende Ideen, die ich gefunden habe, viele geile Inspirationen. Und die habe ich für dich aufgearbeitet, die würde ich dir gerne geben. Kannst du dir holen. Termine für diese kostenlosen Online-Coachings findest du in der Videobeschreibung, beziehungsweise auf dariuskamadeva.de-4fragen. Genau, das ist der Link. Der müsste auch jetzt hier. Hier. Tada! Geil. Also, meine Damen, eventuell auch meine Herren, wenn ihr Lust habt, ein bisschen mehr in das Thema einzusteigen, ein bisschen mehr herauszufinden, was da noch so im partnerschaftlichen Bereich geht, zieht euch auf jeden Fall das kostenlose Online-Coaching rein. Link dazu ist, wie gesagt, hier, glaube ich, oder hier, oder vielleicht auch an beiden Orten. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin wäre es aber heftig geil, wenn du das Video positiv bewerten solltest, falls du das noch nicht gemacht haben solltest. Und schreibt mir in die Kommentare, was habe ich am Anfang des Videos gefragt. Ah, was du gerne von Männern wissen wollen würdest, wenn du in ihren Kopf eindringen könntest, weil in meinen Kopf kannst du eindringen, du musst es bloß in die Kommentare schreiben. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute!